Bruder, was ist letzte Preis? Äh, 50 Euro. Mach 40 Euro und ich hole den Controller sofort ab. Mir leid, Bruder. 50 Euro, sonst wird das nichts. Bruder, sei nicht so hart. Ich hab nur 40 Euro dabei. Bruder, ich brauch jeden Euro. Ich trink schon nur noch diese Cola von Aldi. Davon kleben die Zähne auch irgendwie immer so komisch. Bei mir gibt's nur noch Wasserhahn. 40 Euro und ich kauf dir noch eine normale Cola auf dem Weg. Hol noch Pringles dazu und dann passt's. Dann machen wir 40 Euro. Mach ich, Bruder. Vertrau, ich hol die Besten. Die schmecken viel besser als diese Pringles. Lehe, du holst diese Fake-Stapelchips, Bruder. Kann die nicht mehr sehen. Musste mich damit die letzten Jahre schon versorgen. Mach mich nicht zum Hund, Bruder. Pringles kosten 3 Euro. Ha, ha, ha. Ich wusste, du willst mich dribbeln. Komm einmal vernünftig essen, Bruder. Bin schon von 50 Euro runtergegangen. Hast recht, Bruder. Machen wir so. Ich kauf dir die Pringles mit Herz. Bin in so 30 Minuten da. Passt das? Ja, passt. Bis gleich. Was ist das denn für eine Verarsche 2000 Euro für so eine Ratte? Das ist ja eine Frechheit. Wir haben sie meinen Rambo genannt. Er ist...